21STUMPSTREAT 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 Hallo und herzlich willkommen in der 21STUMPSTREAT Ich habe heute ein Making-of, das dürft ihr mir über die Schulter schauen im Schnelllauf, wie ich diese Karte gestaltet habe Die Karte ist eine weitere Karte nach einem Sketch von der Gruppe Basteln mit Bärbel da erscheinen alle zwei Wochen ein neuer Sketch und diese wenn man daran teilnimmt, werden die innerhalb von zwei Wochen an einem Freitag dann live im Livestream gezeigt, die Karten, die in einem Album in dieser Facebook-Gruppe hochgeladen werden. Bärbel streamt dann freitags auf ihrem Hauptkanal und weitere Informationen und den Link zur Gruppe verlinke ich in der Infobox und vielleicht hat auch die Bärbel schon ein Video dazu hochgeladen und die Nicole, also von stempeldreams76 dann verlinke ich das auch ebenfalls in der Infobox und jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen Tschüss! 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 Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute.